Nimm die Abkürzung. Das ist eine weitere Bullshit-Rule und nimm die Abkürzung suggeriert uns so ein bisschen, ich möchte es gerne leichter haben. Ich möchte gerne nicht jetzt die Arbeit investieren und mich weiterbilden und ich möchte mich nicht gerne anstrengen und 100 Kunden am Tag irgendwie bedienen oder so. Das will ich alles nicht, ich brauche eine Abkürzung. Wie kann ich denn schnell irgendwie irgendwas erreichen? Und diese Abkürzung, und das wissen wir alle eigentlich, auch selbst beim Stau und so weiter, wir wollen eine Baustelle umfahren und sitzen nachher drei Stunden länger im Auto als eigentlich geplant. Also es funktioniert in der Regel nie. Es mag irgendwelche Situationen geben. Das sind dann aber auch ganz spezielle Situationen, aber die normale Abkürzung funktioniert nicht. Und wir sollten uns einfach bewusst machen, dass es nun mal dauert und dass es nun mal Arbeit braucht. Und es macht ja aber auch mehr Spaß nachher. Du kannst dein Haus ja viel höher bauen, wenn du lange beim Fundament verweilst. Und das sollen wir uns zu Herzen nehmen. Und der letzte Punkt, und dann sind wir durch, und ich hoffe, wir sind ganz gut in der Zeit. Ja, super. Und ich habe gesagt, in 10 Minuten will ich zum Ende kommen. Das war gar nicht schlecht. Den Rest lest ihr dann übrigens in diesem Buch. Bestellbar und kaufbar überall. Okay. Jahr